Moin Leute, es geht mal wieder um meine Lieblingsrolle und zwar die Opferrolle und ich habe euch dafür heute ein echtes Zuckerstück mitgebracht, was wir uns gemeinsam angucken werden. Lasst euch von Bohren im Hintergrund nicht stören, wenn ihr es hört. Ja, irgendwelche Assi-Nachbarn sind seit 7 Uhr morgens heute dabei, rumzubohren, verdammt nochmal. Wenn ihr da draußen Assis seid, die hier gerade zugucken, dann fühlt euch davon bitte persönlich angegriffen. So, wir gucken uns an die Opferrolle, der einfachste Weg raus aus der Kritik. Ach, herrlich. Ein Video von Vincent, die kommen mir immer gut an. Wir gehen rein, wir treten nach. Ab jetzt! Und ansonsten, ich hoffe auch euch geht's gut. Mir geht's eigentlich auch okay. Another day, another relativ dünnes Eis. Sorry, da müssen wir einmal hier zum Anfang springen, sonst geben wir ja keinen Blumentopf. So, ab jetzt! Ich sag euch, wie es ist. Ich bin stinksauer. Die heutige Bewegtbildproduktion wird mit einer guten Portion Wut übertragen werden. Es wird auf Mutter gegangen werden. Kann ich jetzt hier schon mal... Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir jetzt schon. Wut und auf marginalisierte Gruppen, I'm all in. Da bin ich am Start, verdammt nochmal. Heute wird systematisch ausgegrenzt. Lass das Patrick Hart wieder aufleben. Ja! Entschuldigung, ich bin vielleicht ein bisschen zu motiviert. Ab geht's. So, Revolution. Als wir das Geld noch vorweg geben, der ein oder andere Kraft auch so könnte fallen. Und an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, halli, hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu dieser äußerst gewaltvoll vorgetragenen Bewegtbildproduktion. Ich hoffe, ihr wurdet heute noch nicht unterdrückt und seid ganz furchtbar oppressed. Und ansonsten, ich hoffe, auch euch geht's gut. Mir geht's eigentlich auch okay. Another day... Meine Ehefrauen sind heute alle wieder aufgestanden, in ihrem Weg, in das Patriarchat, in dem wir heute eindeutig leben. Wie gesagt, Frauen sind halt Abschaum der Gesellschaft auch beispielsweise. Genau wie alle anderen, dessen Hautfarbe minimal von weiß abweicht. Also wirklich, die haben gar keine Chance. Wirklich, die werden auf der Straße den ganzen Tag nur zusammengetreten. Mann, 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 Mann. Oh, dieses immer, immer, immer dieses krasse Patriarchat, in dem wir leben. Aber relativ dünn ist alles, auf was ich meine Schuhgröße 46 kleinen Füßchen draufbegeben darf, in der Hoffnung, dass es nicht unter mir komplett zusammenbricht. Aber ich bin wirklich einfach sauer. Ich hab auch einfach keinen Bock mehr, weil heute reden wir über verfickte Opfer. Aber nicht so Opfer, die wirklich Opfer sind, sondern über Opfer, die unglaublich gerne Opfer wären und sich da irgendwie selber reinopfern. Aber ihr werdet es im Laufe des Videos sowieso ver... sich da selber reinopfern. Das ist ein... Das ist ein guter Begriff. Übrigens, by the way, nicht, dass hier wieder Hassrede kommt. Ich möchte hier nicht abstreiten, dass es Leute gibt in Deutschland, denen es aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe oder sonst was im Schnitt schlechter geht. Weil sie einfach von der Gesellschaft etwas schlechter behandelt werden. Es gibt immer noch rassistische Leute in Deutschland beispielsweise. Zum Beispiel hier irgendeine Oma halt von nebenan, die dann irgendwie irgendwas den Aussendern hinterher schreit oder so. Die kommt aus der anderen Zeit, ist fossil. Die ist nicht mit der Zeit gegangen, also geht sie mit der Zeit. Da bin ich mir relativ sicher. Zwei Wochen gebe ich ja noch. Aber nee, das ist halt das Ding. Also man muss schon anerkennen, dass es manche Leute aufgrund ihres Namens beispielsweise bei der Wohnungssuche es einfach schwerer haben als andere. Das ist in Deutschland immer noch so. Und ich glaube, das wird man so schnell auch nicht komplett wegbekommen. Das braucht einfach Zeit. Ja, das braucht einfach Zeit. Verstehen. Seit ich mich mehr oder weniger immer wieder in den Hochgenuss stürze, aktuelle Diskurse zu verfolgen, habe ich nicht nur chronische körperliche Schmerzen und immer wieder Phasen, in denen mein Lebenswille ungefähr so stark ausgeprägt ist, wie mein verschissener Vollbart, den ich ganz offensichtlich nicht besitze. Das ist kein krasser Lebenswille. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Auf so einem kurzen Schnäuzerchen beruht hier der Lebenswille. Das ist nicht gut. Ich habe auch das Gefühl, dass gewisse Personen und Positionen ein ganz kleines bisschen fragiler geworden sind. Und hold up, wait a minute. Ich weiß, das klingt jetzt schon mal nach einem aggressiven Boomer-Tag. Deswegen hier ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Ich weiß, ich bin der able-bodied weiße Hetero-Ziss-Mann, der unter der Dusche eine Sekunde zu lange auf deinen Schlag schlagt, du kleiner Lecker. Ich finde das geil, weil er checkt schon die Dynamik. Er weiß, was er ist. Er ist ein großer, weißer, privilegierter Hetero-Ziss-Mann. Und er äußert sich hier über die Opferrolle. Selbstverständlich muss er dafür seine Community erstmal zehn Disclaimer einbauen. Und da bin ich teilweise auch ein bisschen stolz drauf, dass ich hier vieles einfach frei raus sagen kann, ohne dass ihr es mir maximal böse auslegt jedes Mal. Also ihr müsst ja im Hinterkopf haben, wenn ihr so ein übergutmensch-YouTuber seid. Also es wird ja alles, was ihr sagt, auf die Goldwaage gelegt. Bei mir weiß man, okay, es ist viel spaßig gemeint. Oder man kann auch mal anderer Meinung sein oder sonst was. Es ist nicht jedes Mal irgendwie ein Shitstorm da, wenn ich mich mal irgendwie im Ton vergreife. Und das wäre mir persönlich auch sehr, sehr anstrengend. Also ich sage es euch ehrlich. Also Kuss geht raus. Schön, dass ihr so aktiv seid in den Kommentaren. Ich sehe es immer, immer wieder. Gut, also ich muss dazu sagen, es sind auch mal kommen, kommen, kommen Kommentare von euch dabei. Die finde ich zu hart. Definitiv auch. Aber also im Großen und Ganzen sind wir eine stabile Community. Maschallah, Kuss. Weckerbissen, Alter. Aber das heißt auch, natürlich kann ich mich irren. Das, was ich jetzt hier sage, ist eine gefühlte Wahrheit. Fühli, fühli. Aber vielleicht fühle ich euch hier einfach mal so ein bisschen durch. Und am Ende teilt ihr meinen Eindruck, den ich heute so mitgebracht habe. Weil wer weiß, ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Übrigens, wenn wir jetzt einmal über die Opferrolle reden, möchte ich an der Stelle nochmal einen kleinen positiven Schwenker machen, um auch meine Liebe mit euch zu teilen. Und zwar meine Liebe für die Beleidigung. Du Opfer. Ich finde, Opfer ist so eine richtig geile Vokabel. Du hast, da steckt alles drin. Wenn ich so Schimpfwörter ausspreche, dann will ich die ausspucken. Ich will so richtig meine Wut da reinlegen können. Und ich finde, du Opfer, da geht es richtig gut. Es fliegt so aus dem Mund raus. Da ist Energie dahinter. Fühlen wir das Wort wieder mehr ein. Fühlen wir es wieder ein. Wir bekommen dieses Wort noch zum alten Ruhm zurück. Dafür treten wir ein. Stellt euch Deutschlandmusik vor im Hintergrund. Und für ein opfergeleitetes Deutschland führt das wieder ein. Klangfarbe, das ist fast schon so eine Ästhetik, eine Performance, die man dem Ganzen mitgibt. Das geht mir richtig gut rein. Und ihr seht schon, das sind Grinsen in meinem Gesicht. Ich liebe das einfach, auch Leute zu beleidigen. Da wird richtig was freigesetzt bei mir. Und ihr merkt schon, eigentlich in der Theorie ist Opfer sein nichts Cooles. Ich stelle mir gerade vor, wer sein neu gewonnenes oder wieder neu gefundenes Vokabular ausprobiert und geht dann so zum Frankfurter Hauptbahnhof und sagt, so super Thalerhund, so Spaß, du Opfer, Junge, du Opfer. Dann würde ich mal sehen, was passiert, wie die Thalerhunds reagieren. Ja, nächster Livestream dann aus dem Krankenhaus. Das ist ja auch als Beleidigung benutzt. Und es gibt durchaus Leute da draußen, die wollen keine Opfer mehr sein. Über die reden wir heute aber nicht. Wir reden heute über die Leute, die in der Theorie eigentlich keine Opfer sind. Aber jede Möglichkeit, die sich denen bietet, am Schopf packen, um einen verfickten doppelten Auerbach mit Schraube ins Becken der Selbstviktimisierung rein zu fetzen, Alter. Das ist 1 zu 1 Schoyoka tatsächlich. Es ist wirklich 1 zu 1 Schoyoka. Also wirklich, die nimmt jede Opferrolle mit. Also egal, wie betroffen du bist, sagt man, Schoyoka, die ist betroffener. Das ist klar. Das ist klar. Also Schoyoka ist maximal betroffen. Obwohl, einen kleinen Schwenker gönne ich mir nochmal. Die Sache, von der Schoyoka nicht betroffen ist, die muss erst noch hier gefunden werden. Und ich bin mir sicher, wenn sie entdeckt wird, dann ist sie auch davon betroffen. Zu den Leuten, die eigentlich gar keine Opfer mehr sein wollen. Weil im Zuge der Recherche zur Opferrolle kommt man immer wieder bei so Coaches und Psychologen raus, die einem helfen wollen, da rauszukommen. Und dass es so eine neoliberale Dreckscheiß ist, kann man sich wirklich nicht vorstellen. Weil am Ende ist es ganz easy. Einfach mal Verantwortung übernehmen. Du musst es ownen. Du bist kein Opfer, weil deine Eltern beide schwere Alkoholiker waren und du in Bornstedt geboren wurdest, im Landkreis Lotharstadt Eisleben. Ah, nee, 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 nee. Das ist eine Framing-Frage. Du wurdest nicht von deinem Vater gehauen. Nein, du durftest in den Genuss kommen, von schwungvoll ausgeführten Streicheleinheiten, ausgeführt von der Rückhand deines Erzeugers. Mega nice. Also es ist wirklich einfach nur Gaslighting des fucking Grauens. Ja. Und unfassbar kontraproduktiv. Ja, ich stimme ihm da teilweise zu. Also es gibt halt Coaching, die sprechen, die halt alle Erfahrungen haben und sagen, ey, du musst einfach in die Selbstverantwortung kommen und ab geht's und vergiss das einfach und starte durch. Es ist in der Regel für Betroffene sehr, sehr schwer, da auszubrechen. Ich bin aber dennoch, und das muss ich dazu sagen, ein Fan von der Message, dass man das Schicksal selbst in die Hand nehmen kann und dass es nicht Gott gegeben ist, dass man dann verurteilt ist. Also du hast die Scheißsachen erlebt, aber ich finde, es ist eine gute Message, wenn du an dir arbeitest, kannst du trotzdem was aus dir machen. Und das trifft ja auf die meisten Menschen zu. Klar, nicht jeder würde sowas bringen oder nicht bei jedem würde es dann funktionieren, aber ich finde die Message besser, okay, es ist so wie es ist, aber wenn du an dir arbeitest, kannst du was aus dir machen und dich verbessern, ne, nachweislich, der Mensch kann sich verbessern über die Zeit, logischerweise, ne, oder seinen sozialen Status verbessern oder was auch immer du möchtest, ne, muss ja nicht immer sozialer Status sein, ne, und ähm, grundsätzlich finde ich die Message gut, ähm, dieses, äh, arbeite an dir, guck, dass du vorankommst, ne, egal wo du gestartet bist und nicht, okay, ähm, du bist da jetzt gestartet und jetzt bleibt dein Leben lang in der Opferrolle, weil du, du kannst da eh nichts daran ändern. Das ist meiner Meinung nach die falsche Herangehensweise, um ein gesundes, glückliches Leben zu führen, ja, aus meiner anekdotischen Evidenz her, ne, könnt ihr mir gerne mal eure Meinung da lassen, ob, 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 ob es, ob es euch besser gefällt, einfach das ganze Leben wehleidig dahin zu vegetieren, ich glaube, ich glaube einfach, dass es nicht zielführend ist. Wir schauen uns aber heute diese andere Opferrolle an und ich dachte mir, um das Ganze zu verbildlichen, bringe ich einfach mal ein Beispiel mit und hab sogar eins gefunden, was perfekt fittet und unpolitisch ist, richtig nice und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an Rick Owens, das ist so ein komischer Designer und wenn ich von dem rede, dann sage ich immer, dass der Klamotten macht für Menschen, die aussehen wollen, wie der verschissene Pferde. Ach du Scheiße, was ist das denn? Pimmel-Satan und der dachte sich, ach, weißt du was, ist doch eine gute Idee, wenn ich mal nach China rüberpeppe und mir da mal so ein paar Sachen angucke und da würde ich jetzt erst mal sagen, so weit, so gut. Der Brie war aber nicht alleine unterwegs, sondern hatte noch seine Muse, Michelle, dabei. Er so. No fucking way. Okay, das ist seine Muse. Was, also was ist denn das hier? Ist das, ist das real? Hängt er da, hängt er da ein fucking Face, äh, am Bauch? Das ist ja gruselig. Alter, wenn ich, wenn ich, wenn ich so eine Muse hätte, hätte ich ja die Albträume. Extra auch eine verschissene Muse zu haben, aber Ich bin not amused. Geil, sei ihm gegönnt und der Squad wurde noch erweitert durch zwei verfickte Dämonen, die der beschworen hat. Also keine Ahnung, wer die beiden hier sind, aber Junge, das ist doch nicht normal. Was ist das denn? Ich hab, also, boah, da ist, oh, das ist ja, also, die sehen aus, als könnten sie bei Harry Potter auftreten. Und auch da sag ich, ju, du, ju, wenn du mit Menschen unterwegs sein willst, die so aussehen, als hätten ich perfekt nochmal vorgestern dem Satan höchstpersönlich die Hand geschüttelt, do your thing, aber dann gab's einen Skandal. Ricky, Michelle und diese zwei komischen Dämonen-Kompanions, die die da gespawnt haben, haben sich also auf die Quest begeben, die verbotene Stadt in China zu besuchen und die sind da aufgetaucht und guess what, was ist wohl passiert? Irgendwann haben die Security zu denen gesagt, wisst ihr was, ihr seid so ein bisschen inappropriate gekleidet, vielleicht zieht ihr euch entweder um oder ihr geht einfach. Ach, wer hätte das kommen sehen? Guess fucking what? Wer hätte das kommen sehen, dass die das... Ich finde das irgendwie sehr satisfying, wie die in ihren Verkleidungen. Sieht dann aus wie so ein Zirkus, die müssen einfach wieder so nach Haus gehen. Und dann stellt euch so Clowns-Nasen-Geräusche vor, während die gehen. Nepp, 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 nepp. Ja, also, wie gesagt, ne, also, 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 also ein bisschen Menschenverstand muss man dennoch haben. Das ist ja ganz, ganz klar. Also, wenn man in so einen, so einen, so einen, also, 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 es in so einen konservativen Staat geht und dann kleidet man sich so, ich sage es mal in Anführungszeichen, provokant und abseits der Norm, dann muss man sich nicht wundern, wenn man gebeten wird zu gehen, um sich umzuziehen in so einen konservativen Staat. Ne, also, also, also manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen, die vergessen einfach normal zu sein. Also, how to be normal. How to be einmal, einmal, einmal nachdenken, bevor man was tut. So, ne, also, das ist halt das Ding. Mystischste Fortnite-Squad EU-Vesta assembled haben, weil wer wart ihr denn? Saruman, der Schwarze, fucking nochmal Ursula von Ariel, aber auf... Saruman, der Schwarze, ist es halt wirklich so. Okay, wie wird er die beiden denn? Was ist das hier? Der erinnert mich an... An was erinnert mich? An irgendwie so eine Horrorfilmfigur. Keine Ahnung. Und was ist er hier? Black, Black, Black Swan in einer Transversion. Auf verschissen nochmal Crack, was dann Huibu, bevorhaut tragende Schlossgespenst und Jackie mit den verschissenen Ziegenbeinen. Komisch, dass ihr nicht in die verbotene Stadt reinkommt. Nicht die erlaubte, die verschissen nochmal verbotene. Und normale Menschen würden das jetzt akzeptieren. Die würden sagen, ja, okay, ich bin fucking extra. Ist schon okay, dass ich hier nicht reinkomme. So, aber die nicht. Auf gar keinen Fall. Und hier beginnt wirklich der Opferrollen-Speedrun Any Percent, aber wie er im Bilderbuch steht. Anstatt es nämlich einfach so zu akzeptieren, wie ganz normale Menschen, musste natürlich auf Social Media noch ein ordentliches Statement rausgehasselt werden. Und das Ganze beginnt damit, dass gesagt wird, dass der Moment, wo man rausgekickt wurde, wirklich unglaublich intens für die war. Und da rieche ich schon bei diesem Wording. Kicked out und intense. Das sind zwei so ganz große Dragflags für mich, wo ich weiß, oh, jetzt wird hier wirklich ein ganz großes Unheil über uns hinausbrechen. Und es geht weiter. Okay, er ist schon, er ist schon, er ist schon mehr in der Thematik drin. Er kennt sogar die englischsprachigen Einleitungsbegriffe, wo man weiß, jetzt wird, jetzt wird die Opferrolle ausgekostet. Jetzt, heute, gibt es auf Social Media, ihr dürft euch alle bedienen, ein Festmahl, ja, der Opferhaltigkeit. Ja, es ist sehr opferlastig, das Festmahl. Also bitte nicht zu viel verschlingen. Es ist ja, es ist ein sehr sättigendes Gefühl, diese Opferrolle zu leben und zu fühlen. Ja, und er wird uns jetzt durch die Gänge durchführen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Weiter mit, dass sie dann gebeten wurden, ihr Make-up und die Klamotten zu wechseln. Und dann dürften sie auch reinkommen. Aber das geht nicht, Digga. Das geht nicht, weil das sind nicht nur unsere Klamotten. Das ist unsere Identität. Here we go. Und ich habe jetzt schon Bock, genau da aus dem Fenster zu springen, weil ich kann nicht mehr. Aber Step Nummer 1 auf dem Weg zur perfekten Opferrolle ist, keine Kompromisse. Hm, gibt es nicht. Es wurde ja eine Lösung angeboten. Es wurde ja gesagt, zieht euch um, schminkt euch ab. Kommt rein, ihr dummen Bastarde. Kommt rein. Bewegt euren dummen, stupid, extra Arsch rein. In die verbotene Stadt. Aber nee, geht nicht. Und das sind so einen konservativen Staat wie halt dort. Das ist schon wild. Also man muss ja auch immer logischerweise ein bisschen weiterdenken. Die sind da halt konservativ. Da ist halt das so. Also wollen die da vielleicht nicht haben. Andere Länder, andere Sitten. Eure verschissene Präferenz ist auszusehen wie ein verfickter Kiri-Käse auf dem Techno-Rave. Und deswegen kann man da nicht rein... Ein Kiri-Käse auf dem Techno-Rave. Ja, so sieht sie aus. Wie ein Kiri-Käse auf dem Techno-Rave. Den muss ich mir merken. Der ist strong. Der ist tatsächlich strong. Danke. Okay. You, du, you. Aber ich verstehe nicht, was das soll. Dass jeder Hirnfurz, der so aufkommt, instant zur unumstößlichen Realität wird, die jeder akzeptieren muss. Digga, was für verfickte Identität. Ihr wollt mich doch verarschen. Ist euer Schwanz-Outfit, was ihr da tragt, wirklich dann nach eurer Logik auf einer Stufe mit Sachen wie Geschlechtssexualität, Hautfarbe oder andere Dinge, die einfach unumstößlich sind, ja, bestimmt überhaupt gar kein Problem. Und genau deswegen entfaltet sich das Elend jetzt auch wie folgt. Wir verstehen und wir akzeptieren, dass wir keinen Zugang zur kompletten Welt haben. Das ist der Preis, den wir bezahlen müssen, damit wir wir selbst sein können, ohne unsere Ideale zu verraten. It's humiliating. Ja, ich muss auch einen Preis bezahlen. Seitdem ich so auftrete im Internet, komme ich auch nicht mehr überall hin. Das ist halt das Problem. Zum Beispiel wollte ich vor kurzem in die Garage von meinem Nachbarn, den ich also gar nicht kenne. Und ja, keine Ahnung. Wollte halt ein paar Sachen mitgehen lassen. Aber ich kam da auch nicht rein in die Garage. Einfach, 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 weil ich mit meiner Identität diskriminiert wurde von dem Schloss, was da vorhängt. Das ist, weiß ich nicht. Also ich finde das schwierig und möchte das an der Stelle auch kritisieren, wo sich die Gesellschaft dahin entwickelt. Das kann es ja auch nicht sein, dass ich da aktiv diskriminiert werde von dem Türschloss. Nirgendwo darf, darf ich, darf ich mehr hin. Nirgendwo darf ich mehr hin. Vor allem nicht in fremde Wohnungen. Da habe ich jetzt einstweilige Verfügung. Also wir haben das verstanden und wir akzeptieren das auch, dass wir so nicht überall hinlaufen können, aber irgendwie verstehen wir es nicht so richtig und wir akzeptieren es auch nicht so richtig. Also wollt ihr mich verarschen? Was sind das für Worthülsen, Junge? Das Ding ist, also ich denke, mit seiner eigenen Community teilweise, also der begibt sich hier schon auf dünnes Eis, glaube ich, oder? Aber es ist für seine Verhältnisse dünnes Eis. So für uns ist es so, ich denke mal, größtenteils Common Sense, dass wenn man in ein konservatives Land geht, okay, gut, dann muss man damit rechnen, dass es nicht alles so tutti-frutti geht. Aber ich glaube, es könnte hier teilweise auch kontrovers sein bei den Leuten, nach dem Motto, warum dürfen die ja nicht anziehen, was sie wollen oder so. Ich bewerbe mich hiermit offiziell als wütend. Also ich frage mich, wie seine Community da jetzt tickt. Mein Lieblingswort ist seit geraumer Zeit Gugu, Gaga, Coco, Banana. Was? Okay. 14-Minuten-Video, nicht einmal das Wort Rattenloch, unsubscribed, stimmt. Another day, another relativ dünnes Eis. Ich sage, ja, es ist dünnes Eis. Es ist dünnes Eis. Vincent verteilt wieder stabil verbale Shokeslams. Ach, Grüße gehen raus an Undertaker und Kane, die Brother of Destruction. Wobei Big Show hatte den auch als Finisher. Einsicht einfach nur so vorhergeschoben. Kommentiert irgendwen, der den Shokeslam noch als Finisher hatte oder als Signature-Move. Da gibt es sicherlich noch andere. Dass man sagt, ja, ich sehe das ja ein, aber, und akzeptieren tue ich es natürlich auch, aber ich lebe es dann auch einfach nicht aus, sondern ich mache es dann trotzdem so, wie ich will. Wollte ich mich verarschen, nur um dann sprachlich am Ende noch mal komplett zu eskalieren. Was die... Übrigens, an der Stelle, um sich die Opferrolle besonders schmecken zu lassen, empfehle ich Holy. Ja, ne? Kurze, kurze Werbung an der Stelle mit dem Code JWiddle5 an alle Neukunden. Kriegt er 5 Euro Rabatt. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Ist wirklich lecker. Holt euch ein Probierpaket und dann seid ihr damit good to go. Good to go, ja? Kuss geht raus. Hier ist übrigens kein Bullshit drin, kein Zucker, kein sonst was. Also ist echt die gesündere Alternative zu Softdrinks und schmeckt brutal. Also ab geht's weiter jetzt hier. Sorry. Humanizing. Also ihr, euer Arsch, wurde entmenschlicht vor der verbotenen Stadt in verfickt noch mal China. Seid ihr die, die entmenschlicht wurden? Ich denke, die Uiguren sagen gerade so, ja, holt mal mal Internierungslager. Ich glaube, wir müssen hier noch mal in den Steps zurücktreten, weil die armen komischen Haifern... Die Uiguren, oh Gott, ey, scheiße, stimmt. Alter, das sind die, die sich beschweren können. Die sind richtig am Arsch von den Chinesen. Junge, Junge, Junge. Fashion-Opfer, die hier stehen, die wurden wirklich, humiliated. Junge, dieses Verhalten ist topnotch ignorant und damit wirklich perfekt für den Opferrollen-Speedrun, weil Opferrolle Step 2 ist, jegliche Form von Selbstkritik oder Selbstreflexion komplett auszustellen. Es sind natürlich immer die anderen. Also, ihr wollt mich doch verarschen. Es wird sich ganz offensichtlich null informiert, wo man da gerade hinreißt und dass es nicht angebracht ist, wie der verschissene Skibbidi-Rissler im Sigma-Editor durch die Gegend zu peppen und wenn dann irgendwelche Leute zu... Einfach wie ein Babybell für Arme, sah die eine aus. ...kommen und sagen, kannst du mir bitte die Schmink aus dem Gesicht wischen und dir was ordentliches anziehen, weil das ist nicht ein Karneval mal verfickter Guy. Dann fällt man auseinander und sagt, oh mein Gott, das ist die Humanizing, was hier gerade passiert. Wie konnte das nur geschehen? Ich fühle mich eingeschränkt in meinen Rechten als Mensch. Ich darf nicht wie eine Karnevalspuppe hier in dieser Stadt rumlaufen. In dieser speziellen verlorenen Stadt. Es ist ja nicht mal... Also, vorher war das ja auch kein Problem. Die wollten halt nur zu so einer Extra-Location rein, wo es wahrscheinlich einfach unangemessen ist. Verdammte Kiste. Ja, wenn man da rumläuft wie, keine Ahnung, Draculas behinderter Cousin. Dann wirklich die verschissene Kirsche auf den Haufen auf Scheiße. Behinderter Cousin darf man nicht sagen, ne? Behinderter Cousin, es ist ein böses Wort behindert. Tut mir leid. Ich wollte jetzt... Bitte stellt euch nicht in die Opferrolle. Ich wollte niemanden diskriminieren. Und so weiter Distanzierung. Durch dieses Endstatement noch rauszuhauen. Was zieht man da jetzt also raus aus dieser Experience, die man hatte? Noch mehr Hingabe für den Kampf, den man kämpft, für Akzeptanz, Toleranz und Difference around the world, ja? Ziehen Sie sich noch mehr wie Huren so nah nicht liebst. Hahahaha. Ob das noch Steigerungspotenzeit hat, mal gucken. Mal ein bisschen provozieren und push in the boundaries. Als nächstes kommen Sie dahin im Dekadearen Cosplay hier. Die fight against those who try to box people in and remove freedom of expression. Ihr habt doch so eine Psychose, Alter. Und damit sind wir nämlich bei Step 3 der Opferrolle angekommen. Und zwar A, sich da selber reinbegeben und dann aber aus der Rolle der Unterdrückung heraus nochmal aufbegehren. Schön resistance, Digga. Oder wir gehen rein, wir kämpfen gegen das Unrecht, was hier auf der Welt passiert. Absolute Vollpsychose, Junge. Was ist denn nur falsch mit euch? Und schön das Narrativ aufmachen. Immer David gegen Goliath, Groß gegen Klein, Unten gegen Oben. Wir müssen uns wehren gegen die ganze Scheiße, die da passiert, was ja auch einigermaßen in Ordnung wäre, wenn es nicht um verfickte Fashion gehen würde, weil ihr in euren 20.000 Euro Outfits nicht in die verbotene Stadt gekommen seid. Oh, crying auf den Napperleder sitzen, der Business Class auf dem Weg zurück nach Berlin. Und dann am Wochenende... Crying auf den Napperleder sitzen, ich lieb's. ...wieder im Berghain zu stehen und die Touris auszulachen, die nicht reingekommen sind, weil, äh, sorry Digga, ist das ernsthaft eine North Face-Jacke, die du da trägst? Der Narzissmus erreicht hier wirklich seinen absoluten Klimax und mir fällt es fast schon schwer, dem Ganzen nicht so eine gewisse Form von Kalkül zu unterstellen, als ob das nicht vielleicht sogar so ein bisschen inszeniert wäre. Also man geht da hin, entsteht da irgendein Skandal, eine Reaktion, die komplett erwartbar war, wird dann aufgebauscht zu irgendeiner Form von Unterdrückung, die einem dann widerfährt. Aus dieser Opferrolle heraus wird dann aber nochmal aufbegehrt in irgendeiner psychotischen Form von Märtyrertum. Natürlich nicht für sich selbst, nein. Das Unrecht, was mir widerfahren ist, ist ja auch ein Sinnbild für das ganze Unrecht auf der Welt. Und ich stehe jetzt auf für meine People, Digga. Ihr habt doch wirklich einen Schuss. Absolut so, also nach dem Mindset lebe ich auch, ich werde hier ständig diskriminiert. Ich war letztlich beim Kindergarten, wollte da ein paar Kinder abholen, also nicht, weil ich die kenne oder so, aber ich identifiziere diese Kinder als meine Kinder, die ich da abholen möchte in meinem weißen Transporter. Und da haben die einfach gesagt, nein, also die haben mir einfach einen Teil meiner Identität abgesprochen. Ich meine, ich bin Vater und Mutter dieser Kinder, die mir fremd sind. Und ja, das fühle ich so, das ist halt mein Ding. Und die Erzieher haben einfach nö gesagt, so, weißt du. Und die haben jetzt auf jeden Fall auch eine fette Anzeige am Hals. Und wie gesagt, die werden von meinem Anwalt hören, dass die mir da einfach meine Identität absprechen wollen. Das ist unfassbar. Ich hab's nicht mehr gehört. Wirklich, bei Gott, bitte, haltet doch euer scheiß Maul. Ja, ihr seid Opfer, aber nicht Opfer, weil ihr irgendwie unterdrückt werdet, sondern Opfer, weil ihr ganz eindeutig unglaublich viel Lack gesoffen habt. Ihr rettet auch niemanden. Nee, ihr macht genau das Gegenteil. Ihr bekommt eure fünf Minuten Aufmerksamkeit. Ihr verfickten Kloppis. Und was passiert dann? Dann sind diese Vokabeln, die ihr immer wieder in den Ring werft, ah, die Humanizing, Humiliating und so noch ein ganz kleines bisschen weniger wert. Ihr scheiß Opfer da draußen mit euren Op... Humiliating ist auch das kleine Einmaleins. Ich sag's euch ehrlich. Ich wurde entmenschlicht. Das war menschenunwürdig. Ah, Leute. ...Cression Olympics hat's wirklich geschafft, dass Opfer-Topos mittlerweile ein Begriff ist, der als Argumentationsstrategie gilt und verschiffen nochmal erforscht wird. Aber nicht, weil es irgendwie positiv ist und irgendeine Scheiße sichtbar macht und irgendwelchen Leuten hilft. Sondern weil sich das wie räudiger, rattiger Schwarzschimmel durch den kompletten Diskurs zieht und wirklich alles verpestet, was der berührt. Erstmal wird so extrem effektiv jede Form von inhaltlichem Diskurs abgetötet. Weil jede Form von Kritik oder Gegenrede ist ja auch gleich Diskriminierung. Geht gegen die einzelne Person, gegen die Identität. Weil es geht nicht mehr um Inhalte. Nee, am Ende geht's nur noch um euch. Und ich würde ja sagen, ah, soll jeder seine fünf Minuten Aufmerksamkeit bekommen. Ist ja auch in Ordnung. Aber nee, leider geht es. So Joka macht das seit zwei Jahren. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Was die an Ausdauer hat, diese Frau, ist unfassbar. Ja? Es ist unfassbar. Weil alles, was dadurch geschieht, ist, dass dieser komplette Diskurs einfach nur noch ausgehöhlt wird, bis es so ein dürrer Haufen Pappscheiße ist, die irgendwo in der letzten Pissrinne liegt. Es ist ja nicht so, als würden diese ganzen Probleme nicht existieren. Als würde es keine Unterdrückung geben, keine Frauenfeindlichkeit, keine Homophobie, kein Rassismus, keine komische Cancel Culture. Das sind alles Sachen, die mehr oder weniger real auch existieren, die aber von einer zutiefst narzisstischen Minderheit wirklich ad absurdum geführt werden. Und diese kleine Schablone, die man gelernt hat, die legt man einfach überall so lange an, bis es irgendwie fittet, bis jeder Schwanz da draußen nach Diskriminierung krähen kann. Und diese ganzen Vokabeln, die immer und immer wieder in diesen Topf reingeworfen werden, von Humiliating, Dehumanizing, Unterdrückung, das wird Stück für Stück immer weniger wert. Und at this point ist es ja nicht mehr einfach nur eine Argumentationsstrategie, die angewandt wird, sondern es wird ja auch inszeniert. Es wird ganz bewusst kalkuliert in Situationen. Teilweise ist es auch ein Totschlag-Argument, wo einfach der Diskurs einfach endet. Und das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also es ist dann einfach, oh, hier hängt hier ein Kopfhörer. Aber ja, es ist einfach ein Totschlag-Argument. Ja, ja, nö, also okay, wir brauchen inhaltlich gar nicht diskutieren, weil du hast eh nur was gegen mich, weil ich zu dieser Gruppe gehöre. So, ne, du bist transfeindlich, du bist frauenfeindlich. Ja, brauchen wir hier nicht weiterreden, weil ich höre einem Frauenfeind nicht zu. Diskussion vorbei. ... Situationen reingegangen, wo provoziert wird wirklich bar jeder Verhältnismäßigkeit. Und wenn dann mal ein bisschen Gegenrede kommt, dann fällt man auf den Boden. Ah, ich werde so unterdrückt, um auch mal den Hauch der Oppression hinten im Nacken spüren zu können. Um dann auch... Den Hauch der Oppression im Nacken spüren zu können. Schön. ... aufzustehen und zu sagen, ja, ich bin so ein Opfer, aber ey, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ich stehe jetzt Seite an Seite mit all den Unterdrückten weltweit, weil guck mich an, was ich für ein mutiger und guter Mensch bin. Nein, bist du nicht länger, du bist wohlstandsverwahrlost, du bist verzogen, du bist narzisstisch und hängst wie ein Parasit am Unglück. Tatsächlich unterdrückt da, versuchst dich da irgendwie hochzuziehen, um deine eigene Bedeutungslosigkeit in irgendeinem Kontext zu setzen vor dir selber. Ihr seid alle widerliche, ekelhafte Opfer. Und diesmal meine ich es auch richtig ernst. Boah, der war heute ja richtig sauber. Ich lieb alles daran. Ey, es gibt ein dickes Like. Also, ähm, er hat mir da wirklich auch ein bisschen aus der Seele geredet. Na, ähm, es sind gute Punkte, es sind viel zu viele Leute, die sich einfach heutzutage random in die Opferrolle stellen. Ja, anstatt einfach mal über den Tellerrand hinauszugucken, weil es einfach auch bequem ist. Es ist einfach bequem, in die Opferrolle zu stellen, weil es gibt ja auch immer wieder Leute, die das anerkennen. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ich muss jetzt jede Opferrolle anerkennen. Ja, das ist aber, es ist mittelfristig einfach Quatsch, ne? Das ist mein Take dazu. Aber schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Es würde mich, ähm, interessieren. Trinkt Holy, meine Lieben. Kurze Werbung an der Stelle. Und, ähm, wir sehen uns dann, äh, beim nächsten Mal wieder, ja? Äh, ich sage Tschüssi Müsli. Und ich sage selbstverständlich Tschau Kakao und Tschö mit Ö. Hehe.